Oh Gott, drei Schrot für den Kugel? Hier muss die Armee gelebt haben, Chef. Ah, komm schon... Oh, shit! Warum? Der Blote hat nicht lange gebrannt. 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 Seele, Schnuckiput, Dankeschön. Okay, wo steckst du? Ich zeig mir meine Zukunft voraus. Du wirst ein wunderschönes Mädchen später missing. Im Laufe deines Lebens. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir gehen jetzt wirklich bestimmt mit der russischen Gewichtheberin kämpfen. Aber vorher müssen wir noch 30 andere Leute töten. Das wollte ich nicht. Aber warum können wir hier rein? Ah, wir gehen übers Nacht. Das ist ein Badespast. Niemand ist hier. Abby, weiß das natürlich, dass wir kommen? Das heißt, wir kriegen erstmal gleich irgendwo, wenn wir durch irgendeine Ritze durchgehen, kriegen wir erstmal richtig schön den Schlüssel vor die Fresse geballert oder irgendetwas. So wird's laufen. Weil die haben nämlich schon gefunden. Die sind nämlich besser vorbereitet als wir mit unserem Babyphone. Was nicht funktioniert, weil wir keine Batterien haben. Was ist das alles? Oh, stimmt, der Golfschläger. Und dann sagt sie so eine Punchline wie... Ah, jetzt kann ich's mir dir deinem Stiefvater geben mit dem Golfschläger. Ja, du Rotzgehörer, wer ist zumal am Boden geblieben? Das wär cool. Das geht, Alter. Nee, der Last of Us 1 braucht man nicht spielen, um der Last of Us. was 2 zu spielen, weil die 3 Sekunden Story, die dir hier gegeben werden, also den Flashback, den dufen, also der wirklich wichtig und dringend ist, den kriegst du auch hier in dem Game. In 5 Minuten. Kein Problem. Also Last of Us 1 braucht man für eine Last of Us 2. Ist das nicht so dein? Oder warum bist du so chemisch reagieren? Weil hier keine Story vorhanden ist, Kalten. Wir laufen, wir spielen hier so ein... Also bis dato, das kann sich immer noch ändern, bis hierhin spielen wir ein, äh... Äh, ex-liebiges Ubisoft-Spiel, äh, deren Formel ist, Töte von unten bis oben alle, bis du beim Boss angekommen bist. Das ist halt einfach nur, genau, das ist einfach nur eine Rache-Story. Wir machen hier nur eine Vendetta. John Wick, das Spiel mit Alice, wer ist das nicht so? Also eine wirkliche Story gibt's hier nicht. Noch nicht. Noch nicht. Leute sagen ja immer noch, es kann sich, äh, Alice entwickelt sich noch, darüber, äh, will ich nicht streiten, aber bis hierhin ist erstmal nur... ...leute töten. Oh, scheiße. Hier komm ich nicht weiter. Hm. Wie lange spätst du das Game schon? Äh, heute neun Stunden und gestern sieben Stunden, hm? 16 Stunden. 16 Stunden spiel mir. Hm, irgendwo passiert es, glaube ich, da ist. Hm. Hm. Ja, ich habe schon nach Ventilator gesucht, aber... Ich habe ihn nicht gesehen. Wie lange soll das Spiel sein? 30 Stunden? Scheiße. 20? Ja, dann haben wir ja noch... Dann haben wir ja morgen noch einen lockeren Stream, wa? Geil. Hast du Abbey gefunden? Ne, das war ein Hund, das ist noch nicht Abbey. Abbey hat sich verwandelt oder so. Das wäre auch geil. Zauberer hatten wir auch noch nicht. Auf Bullshit, Bingo wäre geil. Ach, die... Massen an Munition. Ich habe 19 gebaut. Oh, okay, Speedy, danke. Was zum Teufel ist hier passiert? Oh, ich sage mir nicht, ihr habt jetzt Lya oder wie auch immer sie heißt, wieder zusammengefickt. Abbey hat die Transformation abgeschlossen. Meinst du etwa die Boss-Transformation? Haha. Hat sie mit Kollegah trainiert? Hahaha. Morgen auch nochmal? Ja. Ja, ja, ja. Ich werde das heute nicht durchspielen. Also ich mache das hier nicht auf Kram. Nee, nee. Ich möchte damit schon nochmal Spaß haben. Es klingt zwar nicht so, aber ich habe meinen Spaß dabei. Keine Sorge. Oh. Mr. Krabs. Warum sprechen die eigentlich Englisch da hinten? Das wäre mit Lara Loft nicht passiert. Owen Moore. Owen. Echt jetzt? Aus. Wirklich. Benut. Wirklich. Aber wie ist das bei deról Linde? Wirklich. 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Oh, oh. Mel und Owen. Geil, zwei auf einen Schlag. Oh, oh. Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wieher stimmt nicht überein? Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wirklich. Stopp! Wir können überein. Wir sind sofort zurück! Sie hat sich von Onkel Tommy abgeguckt. Zeig es mir einfach! Oh, Mann! Owen! Zee... Zack, mir vor Ebbe ist. Na ja, jetzt ist wirklich nur noch Abby übrig. Alle anderen haben wir schon getötet jetzt. Hey, hey. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut. Leute, wir haben Tommy wieder gekriegt. Oh, bereit für einen tiefgreifenden Schnitzel. Schnipsel-Story. Chat legt schon mal die Füße hoch. Jetzt wird's krass. Nee, doch nicht. Elli geht jetzt auf die Jagd nach Abby. Sorry, musst du euch enttäuschen, Chat. Soll der Hellseher werden, vielleicht könnte ich auch so ne Story schreiben. Vielleicht kann ich auch so ne Story schreiben. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.